Hey Leute und guten Morgen hier bei Dragon Ball Legends. Es ist Mittwoch, es ist Update Tag, es scheint mal wieder keine Sonne, wir haben noch immer Winter und es ist scheiße. Leute, wen geht die Gelder auf die Nerven? Ich will wieder Frühling haben, aber wir haben auch was bisschen Herzerwärmendes in Dragon Ball Legends, denn wir haben was Süßes, Neues und ich find's ganz cool. Leute, auf jeden Fall, was haben wir im Update wieder? Jetzt nicht so vieles, oh ich seh grad, wir haben Mr. Satan noch drin, lol. So, Mr. Satan erstmal aus dem Bild, wir haben wieder Aktualisierungen für die Tauschbörse, Federbehebungen und so weiter, das gleiche wie immer. Legends Weekend, wie immer, die Top 20 Charaktere der Rangliste, da wir mal kurz reingucken. Oh ja, natürlich werden die neuesten Charaktere noch immer am meisten gespielt, Bestien Gohan, Ultra Gugeta, Tag Teams, beide sind da, Ultra Vegetto passt perfekt zu Gugeta. Ja, das Klassische, ne? So viele Ultras hier gespielt werden, alles sind Fusionen. Krasser Scheiß, der neue, äh, ein neuerer C-17, wo ist der Legend Limited C-17? Wird der abgespielt? Gibt's den überhaupt? Ich seh kein Legend Limited? Oder ist das der, ne, warte mal, ist das der Blaue? Ne. Jetzt bin ich verwirrt, warum ist kein Legend Limited C-17 dabei? Das muss doch der Blaue sein, oder? Ich weiß es nicht mehr! So, wir sehen die Rangliste, Pan ist wieder mit dabei, sehr wichtig für Gohan natürlich. Und das Tag Team C-17, C-18, ja, das passt auch perfekt zum neuen Legend Limited C-17. Ja, nicht schlecht, Rangliste auch mal wieder abgecheckt. Dann haben wir, äh, was haben wir noch denn? Battle Royale, genau, wann hat das gestartet? Hat das nicht vor kurzem gestartet? Genau, am 20. es läuft noch bis 27. genau. Also, wer noch Battle Royale spielen will, Battle Royale ist noch da. Der World Challenge Raid Boss ist auch noch da bis 27. Also, zwei Events, die enden dann am 27. am Morgen. Da auf jeden Fall auch reinchecken. Genau, neue PvP Online Rangliste, Season startet. Heute geht bis 8.2. Wir sind schon im 86. Alter, im 86. krass. Dann haben wir, das ist sinnlos, Ausrüstung für Cyborgs, mehr Fernangriff, Spezialangriff, mhm, mhm, mhm. Oh, viel Fernangriff. Das ist, das ist nicht schlecht, bloß, wenn man es schafft, ne. Plus 35% mehr Fernangriff, geile Ausrüstung. Auf jeden Fall wieder reingehen, Online PvP rein suchten, ihr wisst, wie das Ganze läuft. Dann haben wir was Neues. Wir sammeln jetzt nicht mehr irgendwie was vom Legends Festival. Wir sammeln nichts mehr vom Neujahr, denn wir treiben jetzt die Dämonen aus Dragon Ball Legends aus. Unerschrocken, super Dämonenaustreibung. Wir sammeln geröstete Bohnen, nam, 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 und Dämonenmasken. Hat für mich eher was von Halloween, aber okay. Wir sammeln auf jeden Fall das jetzt. Die 23 Stunden Abenteuer gibt es wie immer bei den Missionen. Die 7 Stunden Abenteuer bei Kaba, 3 Stunden bei C17, wie ihr seht, und die 1 Stunden Abenteuer bei der Tauschbörse. Aber ja, gibt wieder Tickets auf jeden Fall. Es gibt wieder Zeitkristalle. Ich weiß nicht, warum sie jetzt überall dieses 5er Ticket reinwerfen. Bin ich jetzt nicht so Fan von, muss ich ehrlich sagen. Und, oh, es gibt eine Belohnung. Meister der Superdämonenaustreibung. Oh, wer will nicht Meister werden der Superdämonenaustreibung? Ja, das Ganze geht jetzt wieder arschlange wahrscheinlich. Jo, bis 22.02., also knapp einen Monat, werden wir nun Dämonenaustreiben, Leute. Vergesst das bloß nicht in euren Abenteuern. Dann haben wir, ja genau, der Banner ist noch immer da. Ah, er wurde verlängert. Das Ende wurde geändert. Wahrscheinlich wurde er verlängert, ne? Da kann man auf jeden Fall Legends All-Star rausziehen, muss man jetzt nicht machen, empfehle ich nicht so sehr. Dann kommen wir zu den spannenden Dingen. Hauptstory geht weiter. Die Schlacht nähert sich endlich dem Ende. Leute, geht die Story zu Ende, kommt dann eine neue Story, bo, 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 oder endet einfach nur Hauptstory Teil 13. Wer weiß, so oder so, neue Story ist da, mega geil, rein da, Leute. Dann haben wir auch eine Erneuerung eines Events. Das heißt, in diesem Event, das haben wir noch nie gespielt, die Charaktere kennen wir aber, und die Charaktere haben wir natürlich. Trotz dessen kannst du dir dort in diesem einen Event C21 sammeln in Blau und C21 sammeln in Rot. Beides Free-to-Place Parkings und man kann jetzt nun auch die rote Senkai erwecken. Ich glaube, das ist neu. Die blaue gab es schon ewig Senkai. Aber ich glaube, die rote ist neu in Senkai Erweckung. Also rein der Leute ins Event gönnt euch die zwei C21. Ihr seht auch, hier gibt es nochmal extra Belohnungen in verschiedenen Stufen des Events. Also da muss man reingehen. Oh, in der Tauschbörse kann man sich auch wieder Sachen holen. Sehr schön. Auch wieder Teile für beide C21. Dich werde ich auch essen. Das ist eine wunderschöne Online-Nachricht. Und die Süßigkeiten-Party. Ah, guter Titel. Und wir haben noch eine Ausrüstung. Aus Lebensregeneration, Schlagangriff, Schlagangriff. Oh, gut zum Schlagangriff erhöhen. Auf jeden Fall für C21 und C16. Und noch mehr Titel. Aus, was, aus, auf, rührischer Cyborg und gut und böse. Ja, das ist unsere C21, gut und böse. Egal welche von beiden, sie ist gut und böse. Ja, die sind cool. Also das Event, das freut mich. Das werde ich mit Liebe durchzocken. Und mir auch die andere Senkai erwecken. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Sehr geil. Und dazu haben wir auch noch eine weitere C21 Senkai Erweckung. Und zwar die super, super süße C21 in gut. Die ist schon, die ist schon, die ist schon. Also die ist schon Fan-Favorite. Also das ist eine super Sache. Die werde ich auf jeden Fall auch gerne Senkai erwecken. Und das wie immer kostenlos. Was müsst ihr machen? Wie immer einfach nur die Missionen abschließen und den Turm hochkämpfen auf Stufe 100. Was schon nicht so einfach ist. Aber die Missionen sind meistens sehr einfach. Und dann kriegt ihr sie auf ein gutes Senkai Level. Wenn ihr sie nur Senkai 6 habt, ist auch okay. Reicht vollkommen aus. Es muss nicht Senkai 7 sein. Das Ganze geht bis 15.2. Also auch da rein. Oh, und der Super Serienkampf sogar nur bis 8.2. Also bemüht euch. Gebt ein bisschen Gas. Rein da in den Turm. Ihr seht es, am meisten macht ihr Schaden mit C17. Und den anderen Cyborgs. Und Beerus. Sehe ich es erst. Beerus und Freeze ist auch mit dabei. Okay, die sind ein bisschen random da mit dabei. So oder so braucht ihr Blau. Und dann rein in den Turm. Die ist echt süß. Also da freue ich mich. Das ist geil. Was immer noch Neues. Genau, ein Banner kehrt zurück. Und zwar unser Ultra Rising Banner mit Son Goku, Super Saiyajin, Blue Kaioken. Der kommt wieder. Das haben wir ja die ganze Zeit. Das immer wieder irgendein Ultra zurückkehrt. Zurückkehrt immer nur für ein paar Tage. Der ist jetzt da bis zum... Oh, der ist lange da. Oh, der... Wow, der ist überraschend lange da. Normalerweise sind diese Ultra Banner immer so 4, 5 Tage da. Und der ist jetzt da bis nicht diesen Samstag, sondern nächsten Samstag. Alter, das ist lang. Wow. Eineinhalb Wochen ein Ultra Banner. Das ist wirklich überraschend. Also so lang sind normalerweise nie da. Du brauchst immer 3000 Zeitkristalle und dann hast du eine kostenlose Ziehung. Wie gesagt, ist immer schwer zu sagen, ob sich das lohnt. Und der Banner mit... Ja genau, das ist... Hä? Das ist genau der C17, den ich vorher meinte eben. Der wurde einfach nicht als Legend Limited angezeigt, sondern einfach nur als Sparking. Okay. So oder so. Da ist der C17 drin. Das läuft auch noch bis zum... 8.2. Genau. 8.2. Da haben wir also auch noch die Beschwörungen. Wo ihr jetzt eure Zeitkristalle rausballern sollt, kann ich euch nicht verraten. Ich kann es euch nicht sagen. Ich weiß es nicht. Bei dem Banner ist halt nur C17 neu und eine Extreme. Die zu ziehen, verdammt schwer. Hier genauso. Nur Ultra Goku zu ziehen, verdammt schwer. Hier kann man 20 Zeitkristalle pro Tag nutzen. Muss man aber auch nicht. Wir können es ja mal machen. Das hat Spaß für das Video. Muss man aber auch nicht machen. Und bei einer 10er-Beschwörung 30 Radiergummi. Weiß ja auch nicht so recht, ob sich 30 Radiergummi lohnen. Was kriegen wir raus? Ein Extreme. Ah, Fascha. Grüß gehen raus an Eberda. Immerhin. Und auch 7 Sterne. Geil. Also ein Extreme. 7 Sterne. Dafür haben sich 20 Zeitkristalle meiner persönlichen Meinung nach gelohnt. Aber ja, ist jetzt auch nichts weltbewegendes, die Banner. Also ich würde sie an eurer Stelle sein lassen. Ich habe einmal aus dem C17 Banner gezogen. Wer das Video noch nicht gesehen hat, schaut es euch gerne an. Ob ich ihn habe oder nicht, seht ihr natürlich im Video. Aber ja, ich würde es euch nicht raten, rauszuziehen. Ich würde auf jeden Fall aber euch raten, die Events zu zocken mit C21. Wie gesagt, ich bin ein großer C21-Fan. Auch nicht sehr überrascht, weil das hier die Frau von Dr. Gero war. What the fuck? Aber ja, hier ist das neue Event. Ihr seht es, noch nicht gespielt. Da kriegt man jetzt ordentlich C21-Power raus. Und wie gesagt, geht auf jeden Fall rein in den Turm, Leute. Da mache ich es auch immer so ganz einfach. Ich nehme mir ein Team, weil ich jetzt einfach nur so aus Spaß habe. Ich habe meistens da so ein... Ich habe sogar ein C21-Team, sehe ich gerade. Ein Event-Team, genau, Event. Da gehe ich immer rein. Zack. Autogruppe. Anführer entsprechend aus. Mache ich immer, damit er mir nicht irgendeinen speziellen Anführer gibt. Und zack, haben wir drin die stärksten Kämpfer, die ich so habe, was er meint. Und mit den dreien gehe ich dann rein und spiele Autoplay. Oh, eine Gruppe machen ist auch eine Mission. Lustig. Und ja, dann einfach Autoplay durchlaufen lassen. Wieso gibt es hier eine Mission für euch eine Gruppe erstellen? What the fuck? Alter. Es gibt sogar zwei... Was? Okay. 200 Teile. Einfach so. Okay. Okay. So oder so. Okay. Und ihr seht es auch. Bei Bonuskampf nach 500 Teile, 500 Teile, 500, 1000, 1000, 1000. Also das lohnt sich schon sehr. Vor allem das hier ist für Senkai-Erweckung, oder? Erweckungszeitkraft, ja. Also das lohnt sich sehr, diese ganzen Missionen abzuschließen. Battle Royale, wie gesagt, läuft auch noch. Hier sind die Missionen für die Dame. Also ihr seht es zum Beispiel einmal täglich alle Missionen abschließen. Heißt, die Mission hier abschließen. Dann bekommt ihr auch immer Teile. Also ihr findet es ganz cool. Also mit C21 vor allem, da ich gerade gesehen habe, dass ich ja auch ein C21 Team habe. Mit allen vier mit dabei. Und ja, wie ich sagte, die rote war noch nicht Senkai-Erweckung. Sehe ich jetzt gerade. Wir haben die lila schon. Wir haben die blaue schon. Jetzt haben wir die rote auch noch Senkai erweckt. Und die grüne Senkai erweckt. Das heißt, du kannst jetzt ein vierer Team mit Senkai-Erweckten C21 spielen. Geiler Scheiß. Wenn das nicht mal ein Waifu-Team ist, dann weiß ich auch nicht. Ich wünsche euch viel Spaß beim Senkai-Erweckten der Ladies. Schreibt immer gerne eure Meinung in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen. Vergesst nicht zu abonnieren. Und viel Spaß mit meinen derzeit laufenden Let's Plays auch am Kanal. Dragon Ball Z Kakarot. Da spielen wir gerade das Bardock DLC noch zu Ende. Und wir spielen One Piece Odyssey durch. Also auch da euch gerne die Videos mal angucken. Checkt sie ab auf der Endcard oder auf meinem Kanal. Hau da rein. Danke an meine Top-Kanal-Mitglieder. Bruder Faust geht raus. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.